Starship Flug 9 steht unmittelbar bevor, gelingt SpaceX der fehlerfreie Flug, Münchner Firma expandiert, bei der Waldbrandbekämpfung aus dem All das Weiße Haus plant radikalen Umbau bei Artemis, Matthias Maurer testet neuen Axiom Mondanzug und die sowjetische Venus-Kapsel Kosmos 482 stürzt nach 52 Jahren auf die Erde. Das und noch mehr mit allen Hintergründen klären wir heute. Lust auf weitere spannende Einblicke in die Raumfahrt? Dann abonnieren! Schön, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen bei Senkrechtstarter, deinem Space Update auf Deutsch. Die übernächste Woche, die könnte für SpaceX zur Schicksalswoche werden. Nach zwei spektakulären Oberstufenfehlschlägen in Folge steht mit Flug 9 nun der nächste große Testflug an und diesmal geht es um mehr als nur technisches Feintuning. Ein dritter Rückschlag würde nicht nur das Vertrauen in die Block 2 Oberstufe erschüttern, sondern könnte den Starship-Zeitplan gehörig ins Wanken bringen. Entsprechend hoch ist der Druck und entsprechend genau blickt die Raumfahrtwelt auf das Geschehen in der Starbase. Zur Erinnerung, beim achten vollintegrierten Testflug im Januar versagte die Oberstufe bereits kurz nach Beginn ihrer Brennphase. Die Telemetriedaten rissen abrupt ab. Kurz darauf zerbrach das Starship über der Karibik. Trümmer regneten in den Atlantik und die FAA verhängte eine Untersuchung. Die Ursache offiziell nie im Detail benannt, aber dass nun bereits wenige Monate später ein neues Ship mit nahezu identischem Design bereitsteht, deutet darauf hin, dass die Probleme lokalisiert wurden, Lösungen implementiert wurden und das Grunddesign nicht infrage gestellt wurde. Im Fokus steht diesmal Ship 35, das neue Block 2 Starship. Schon am 11. Mai stand ein erster Static-Fire-Test auf dem Plan, wurde aber kurz vor Zündung abgebrochen. Ungewöhnlich, aber nicht alarmierend. Nur 24 Stunden später erfolgte dann der geplante Test aller sechs Triebwerke mit einer Brenndauer von 60 Sekunden. SpaceX bestätigte via X den erfolgreichen Ablauf und kündigte die letzten Vorbereitungen für Flight 9 an. Anschließend wurde Ship 35 zurück in die Megabay 2 gebracht. Ein klarer Hinweis, man steht kurz vor dem großen Finale. Doch nicht nur die Oberstufe wurde generalüberholt, auch Booster 14 ist zurück. Am 12. Mai rollte er aus der Megabay 1, über Nacht erreichte er die Startrampe. Dort setzte ihn Mechazilla auf den Launch Mount. Für den erfahrenen Booster kein Neuland, denn schon beim siebten Flug war er dort gestartet und erfolgreich gelandet worden. Nun soll er als erster Starship-Booster überhaupt erneut abheben. Interessanterweise spricht vieles dafür, dass SpaceX diesmal bewusst auf eine Rückkehr zum Startplatz verzichtet. Stattdessen könnte Booster 14 im Ozean wassern. Ein gezielter Test unter Realbedingungen, um das Treibstoffmanagement bei einer solchen Landung weiter zu optimieren und so langfristig Kosten zu senken. Parallel dazu liefen weitere kritische Vorbereitungen. Am 14. Mai fand ein DSS-Test statt. Das sogenannte Detonations-Suppression-System wurde geprüft. Es soll beim Start potenziell gefährliche Feuer oder Explosionen unterhalb des Boosters unter Kontrolle halten. Ein Test, der traditionell in der heißen Phase der Startvorbereitungen durchgeführt wird. Alles deutet also auf ein Startfenster ab dem 27. Mai unserer Zeit hin. Technisch hat SpaceX aus den Problemen von Flug 8 offenbar gelernt. Die Treibstoffleitungen zu den Vakuum-Raptoren wurden steifer ausgelegt, um Schwingungen besser aufzunehmen. Zusätzlich arbeitet Chip 35 mit präzise abgestimmten Treibstofftemperaturen, was den thermischen Stress reduziert. Die Schubprofile wurden harmonisiert. Das soll plötzliche Belastungsspitzen vermeiden. Auch im sensiblen Attic-Bereich zwischen Sauerstofftank und Hitzeschild gab es Updates. Es gibt neue Ablassventile und eine Stickstoffspülung zur Vermeidung von Entzündungen. Und softwareseitig adressiert SpaceX nun gezielt resonante Frequenzen, die in der Vergangenheit zu Materialversagen geführt hatten. All das sind keine radikalen Änderungen, aber sie zeigen einen klaren Weg. Das Missionsprofil bleibt ähnlich zu Flug 7 und 8. Nach erfolgreicher Stufentrennung soll der Booster kontrolliert landen, vermutlich im Wasser, und die Oberstufe ein Deorbit-Manöver absolvieren, das in einer gezielten Wasserung im Indischen Ozean mündet. Klingt vertraut, doch diesmal zählt die Wiederholbarkeit. Der Fokus liegt auf Verlässlichkeit statt Spektakel. Und genau hier liegt die Bedeutung von Flug 9, gelingt SpaceX der fehlerfreie Durchlauf, wäre das ein Befreiungsschlag. Denn die Wiederverwendbarkeit, das Herzstück der Starship-Strategie, hängt an der Zuverlässigkeit der Oberstufe. Sie muss künftig präzise steuerbar, kontrolliert landbar und letztlich fangfähig sein. Nur dann kann das Starship seine Rolle als interplanetarer Lastesel wirklich einnehmen. Sollte Flug 9 erfolgreich verlaufen, rückt mit Flug 10 ein neues Kapitel näher, und damit der erste Fangversuch einer Oberstufe mit den Chopsticks des Startturms. Ein Manöver, das bislang nur Theorie ist, aber womöglich schon bald Realität. Musk selbst will kurz vor dem Start einen öffentlichen Vortrag halten. Thema der Mars-Spielplan, also die langfristige Vision, wie das Starship künftig als Transportsystem für interplanetare Missionen eingesetzt werden soll. Wir waren ja letztes Jahr für euch in der Starbase, aber seien wir ehrlich, da steht jetzt kein Stein mehr so wie vor einem Jahr. Ja, unfassbar, mit welchem Tempo da umgebaut, erweitert und neu gebaut wird. In der Starbase verschwindet gerade ein vertrauter Teil der Skyline. Große Teile der Star Factory, das bisherige Herz der Starship-Produktion, werden planmäßig abgerissen. Wie aktuelle Aufnahmen zeigen, weichen die alten Hallensegmente dem Fundament für die neue Gigabay, ein deutlich größerer Fertigungskomplex, der künftig Serienbau in neuer Dimension ermöglichen soll. Der Rückbau erfolgt, während das Starship-Programm unter Hochdruck weiterläuft, ein Kraftakt für Logistik und Zeitplan. Parallel wachsen die Arbeiten am zweiten Startplatz. Pad B wird weiter ausgebaut, das OLM sitzt fast und erste Teile des Turms sind in Vorbereitung. Die Botschaft ist klar, SpaceX skaliert nicht nur seine Starships, sondern auch die gesamte Infrastruktur dafür. Während die alten Hallen noch weichen, bezieht der zweite Startturm bereits Stellung. Meine Meinung, es ist schon wahnsinnig beeindruckend, wie schnell SpaceX hier neben den ganzen anderen Aktivitäten, noch dazu so kurz vor dem geplanten Launch an der Fabrik arbeiten kann. Denn diese Woche hat der neue Starttisch für den zweiten Startturm ebenfalls seine endgültige Position über dem Flametrench erreicht. Zwei Kräne arbeiteten synchron, um die tonnenschwere Plattform präzise zu platzieren. Ein technisch anspruchsvolles Manöver, das zeitgleich mit dem erfolgreichen Static Fire von Ship 35 bei Messys stattfand. Die Plattform befindet sich nun an dem Ort, von dem künftig weitere Starship-Starts abgewickelt werden sollen. In den kommenden Tagen erfolgt die endgültige Fixierung durch SpaceX-Mitarbeiter. Parallel beginnen die Arbeiten zur Verlegung von Stromkabeln und Versorgungsleitungen für Sauerstoff, Methan, Wasser und was sonst noch zum Start von Starship benötigt wird. Das Tempo, mit dem SpaceX hier agiert, ist ein klares Signal. Die Starbase soll nicht länger Einzelstück bleiben, sondern zur Serienstartrampe für eine neue Ära orbitaler Schwerlasttransporte werden. Von Störtebecker habe ich jetzt mit dem Gentleman Essentials Set alles für eine gründliche Rasur am Start. Natürlich ein senkrecht Starter Schwarz. Mit dem Rasierhobel Hamburg, Testsieger bei Stiftung Warentest, da habe ich mich als Wahlhamburger natürlich direkt identifiziert. Alles fühlt sich hochwertig an, durchdacht, modern, männlich. Ich habe wie gesagt das Gentleman Essentials Set hier, perfekt auch zum Verschenken. Edelstahl, massive Qualität, null Plastik und absolut hautschonend und seitdem keine Hautirritationen mehr. Und das Beste, eine Klinge, die kostet nur 20 Cent im Gegensatz zu den 3 bis 4 Euro von Systemklingen. Für die Haare gab es das feste Shampoo von Störtebecker. Für mich als mehrsichtig war da die Wahl easy. Sea Breeze riecht mega und macht die Haare nicht strohig, sondern angenehm weich. Keine Seife, sondern ein richtiges Shampoo, aber eben ohne Plastikumverpackung. Auf sein Äußeres zu achten ist für mich total männlich. Schließlich ist mein Körper der Tempel meines Geistes. Mensana in Corpore Sano. Wenn ihr das Barbershop Feeling für zu Hause selbst ausprobieren wollt mit meinem Code senkrechtrasur, bekommt ihr 20% auf das gesamte Sortiment von Störtebecker. Findet ihr auch unten in der Beschreibung. Die neue Bedeutung der Raumfahrt lässt sich sehr gut an der Menge der Starts jede Woche ablesen. Kommen wir zu den Starts der vergangenen Woche. Am Montag, 12. Mai, startete von Xichang in China aus eine lange Marsch 3C mit experimentellen Kommunikationssatelliten. Offiziell diente der Flug dem Validierungstest für Kommunikationstechnologien. Am Dienstag, 13. Mai, hob von der Cape Canaveral Space Force Station aus eine Falcon 9 mit Starlinks der Gruppe 683 ab. Die Landung war erfolgreich. Ebenfalls am 13. Mai brachte SpaceX von Vandenberg aus die Starlink-Gruppe 15-4 in den Orbit. Auch hier landete die Erststufe erfolgreich. Am Mittwoch, 14. Mai, erfolgte ein weiterer Starlink-Start aus Florida. Am selben Tag startete eine lange Marsch 2D von Yuquan in China mit mehreren Satelliten der Space Computing Constellation. Diese Mission unterstützt Chinas Ausbau von KI-gestützten Satellitendiensten. Am Freitag, den 16. Mai, schickte SpaceX erneut von Vandenberg aus, Starlink-Satelliten der Gruppe 15-5 ins All. Am Samstag, den 17. Mai, startete Rocket Lab mit einer Elektron-Rakete von Neuseeland aus. Die Mission The Sea God Seas brachte eine wissenschaftliche Nutzlast in einen sonnensynchronen Orbit. Am Samstag, 17. Mai, absolvierte Landspace einen Flug ihrer Methan-Rakete zu K2E von Yuquan mit unbekannter Nutzlast. Es war einer der seltenen privaten Orbitalstarts aus China. Klar, Raketenstarts waren nicht alles letzte Woche. Hier kommt, was sonst noch wichtig war, kompakt für euch zusammengefasst. Die Pläne des Weißen Hauses zur Abschaffung von SLS Orion und Lunar Gateway könnten den größten Umbau bei der NASA seit zwei Jahrzehnten einleiten. Sollte der US-Kongress dem Vorhaben zustimmen, würde Artemis 3 die letzte bemannte Mission mit klassischer NASA-Hardware. Stattdessen soll ein kommerzielles Mondprogramm auf Basis des COTS-Modells, zu Deutsch kommerzielle Dienste für den orbitalen Raumtransport, etabliert werden, jenem Erfolgsrezept, das bereits Dragon und Cygnus hervorbrachte. Die NASA würde dann komplette Mondmissionen bei der Industrie einkaufen. SpaceX mit Starship gilt als Favorit, aber auch Blue Origin und Lockheed könnten Angebote einreichen. Parallel kündigt die Trump-Regierung überraschend neue Mars-Investitionen an. Statt einer einzigen Sample-Return-Mission soll ein nachhaltiges kommerzielles Ökosystem entstehen, inklusive bemannter Mars-Reisen. Wie ist eure Meinung zum Thema? Schreibt mir und den anderen doch gerne unter dem Video. Von finanziellen Hürden am Boden wechseln wir zu WADA und preiswerter Forschung im All. Mit einem kontrollierten Wiedereintritt über Südaustralien hat WADA Space Industries seine dritte Wiedereintrittsmission W3 erfolgreich abgeschlossen. Die am 14. März gestartete Kapsel landete am 13. Mai auf dem Koh-Nibba-Testgelände und erreichte beim Wiedereintritt mehr als 25-fache Schallgeschwindigkeit. An Bord war ein Inertialsensor. Dieser wurde für die US-Luftwaffe vom Unternehmen ISSI entwickelt und ist ein zentrales Navigationssystem für Einsätze ohne GPS. Ziel war die Datenerfassung in extremen Hyperschallbedingungen zur Weiterentwicklung militärischer Navigation und Wiedereintrittstechnologien. Nach der Mission W1 mit der ersten kommerziellen Landung auf US-Boden und W2 mit der Messung von Plasma-Spektren ist dies bereits WADA's dritte Mission. WADA setzt damit auf eine kosteneffiziente Teststrategie für die nächste Generation ihrer Raumfahrt- und Verteidigungstechnologien. Während die einen im All aufs Gas steigen, sorgt Aurora Tech für den Brandschutz am Boden. Das Münchner Raumfahrt-Unternehmen hat sich weitere 12 Millionen Euro in einer erweiterten Series-B-Finanzierungsrunde gesichert. Mit den frischen Mitteln will Aurora Tech noch in diesem Jahr acht zusätzliche Wärmebild-Cubesets starten lassen. Das soll ihre bestehende Flotte aus zehn Satelliten weiter verstärken. Bereits im März brachte Rocket Lab eine erste Charge ins All. Ziel ist es, die Wiederholrate der Erdbeobachtungen zu erhöhen und eine globale Plattform für Waldbrandfrüherkennung und Analyse zu etablieren. Neben dem Ausbau der Konstellation soll auch die Entwicklung von KI-gestützten Simulations- und Entscheidungstools beschleunigt werden. Zusätzlich plant Aurora Tech den Markteintritt in den USA. Die Nachfrage von Forstwirtschaft, Infrastrukturbetreibern und Versicherungen wächst spürbar. Ein klares Signal für die Relevanz des Themas. So wie Aurora Tech die Erde fest im Blick hat, so schauen andere schon auf neue Lebensräume. Das US-Unternehmen Vaast macht ernst mit seiner Vision einer privaten Raumstation. Mit dem strukturellen Aufbau von Haven 1 hat nun die nächste Bauphase begonnen. Im Juli 2024 begann Vaast am Standort Mojave mit der Fertigung des Qualifikationsartikels, den das Team nach sechs Monaten erfolgreicher Tests im Januar 2025 abschloss. Ein Tempo, das selbst Branchen-Insider überrascht hat. Diese schnelle Entwicklung ermöglichte frühe Belastungstests und die Validierung des Designs. Jetzt beginnt die Fertigung der Flughardware. Bis Juli 2025 soll die Primärstruktur vollständig integriert sein. Zur Erinnerung, Haven 1 basiert auf einer modularen Architektur, bietet rund 45 Kubikmeter bewohnbaren Raum und ist für vier Personen ausgelegt. Der Start mit einer Falcon 9 ist für Mai 2026 geplant. Eine erste Crewmission könnte bereits im Juni desselben Jahres folgen. Sollte Vaast diesen ehrgeizigen Zeitplan halten, könnte Haven 1 als erste rein kommerzielle Raumstation in die Geschichte eingehen. Ein Durchbruch für die Kommerzialisierung des Lebens im All. Aber nicht alle kommen so gut voran wie Vaast beim präzisen Zusammenbau von Haven 1. Ihr erinnert euch, die Mondmission IM-2 von Intuitive Machines endete nach nur zwölf Stunden. Der Nova C-Lander kippte am 6. März bei der Landung nahe des lunaren Südpols um. In einem Earnings-Call am 14. Mai nannte das Unternehmen drei Hauptursachen. Erstens lieferten die Laser-Altimeter wegen Signalrauschens fehlerhafte Höhenangaben. Zweitens erschwerten niedrige Sonnenstände die visuelle Navigation durch lange Schatten. Drittens unterschieden sich Krater im Anflug deutlich von NASA-Referenzbildern, was das optische System zusätzlich verwirrte. Für die Folgemission IM-3 im kommenden Jahr reagiert man mit redundanten Höhenmessern, unabhängigen Geschwindigkeitssensoren und verbesserten Kraterdatenbanken. Trotz technischer Aufrüstung bleibt der Starttermin unverändert. Die Kosten dafür halten sich im Rahmen. Und noch was zum Mond. Der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer hat als erster Europäer den neuen AXEMU-Raumanzug von Axiom Space getestet. Jenes Modell, das 2027 bei der Artemis III-Mission erstmals wieder Menschen auf der Mondoberfläche schützen soll. In Axioms Hauptquartier in Houston bekam Maurer einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und schlüpfte selbst in den weißen, hitzereflektierenden Anzug, dessen Lebenserhaltungssysteme im Rucksackmodul stecken. Parallel absolvierte Ex-ISS-Kommandant Chris Hadfield erste Tests mit dem Flex-Rover von Astrolab. Wobei er in voller Raumanzugmontur die Steuerung, die Mechanik und das Crew-Interface auf Herz und Nieren prüfte. Solche praxisnahen Evaluierungen sollen sicherstellen, dass Anzug und Rover später nahtlos zusammenarbeiten, auch unter realen Mondbedingungen. Von der Evaluierung künftiger Mondmissionstechnik katapultieren wir uns zurück ins Jahr 1972. Damals ließ eine verhängnisvolle Raketenpanne den sowjetischen Venuslander Kosmos 482 ungewollt im Erdorbit verharren. Jetzt, über fünf Jahrzehnte später, am 10. Mai, endete dessen Schicksal mit einem spektakulären Feuerball in der Erdatmosphäre, vermutlich westlich von Jakarta im Indischen Ozean. Die rund 500 Kilogramm schwere Raumsonde war ursprünglich für eine Hochgeschwindigkeitslandung auf der Venus konstruiert worden. Experten halten es daher für möglich, dass Teile beim Aufprall mit etwa 240 Kilometern pro Stunde die Erdoberfläche erreichten. Ohne unsere Senkrechtstarter-Schutzengel, da wäre dieser Kanal nicht mehr da. Euch allen ein riesen Dankeschön. Du willst auch mithelfen, Raumfahrtbegeistung im deutschsprachigen Raum zu verbreiten? Dann schau mal unter dem Video. Dort findest du den Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Zur Belohnung gibt es dann alle Videos früher und ganz ohne Werbung. Dankeschön. Zum Abschluss noch einen kurzen Ausblick auf die kommende Woche. Diese Raketenstarts, die stehen nächste Woche an, kompakt zusammengefasst. Am Montag, den 19. Mai, wird Galactic Energy eine Ceres 1S von einem Startschiff vor der chinesischen Küste starten. Die Nutzlast der Mission ist bislang nicht bekannt. Am Dienstag, 20. Mai, plant SpaceX gleich zwei Starlink-Missionen. Von Cape Canaveral soll eine Falcon 9 mit der Gruppe 12 15 starten. Gefolgt von einem weiteren Start der Gruppe 11 16 von Wendenburg, jeweils mit geplanter Booster-Rückkehr auf einem Drone-Chip. Am Mittwoch, den 21. Mai, wird CAS Space vom Raumfahrtzentrum Jukwan in China aus, eine Kinetica-1-Rakete mit bislang unbekannter Nutzlast, starten. Kleine Reminder mit meinem Code senkrechtrasur. Da bekommt ihr bei Störtebäcker 20% auf alles, findet ihr auch unter dem Video. Hat dir das Raumfahrt-News-Update gefallen? Dann gerne ein Like dalassen. Und wenn du noch kein Abo hast, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt. Wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich und denkt dran, immer schön senkrecht bleiben. Euer Mo.